Musik Herzlich Willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. Wikipedia gilt als das bedeutendste Nachschlagewerk der Gegenwart. Aber die Texte sind häufig manipuliert und stellen keineswegs objektive Wahrheit dar. Das brachte die Welt am Sonntag jetzt ans Licht. LiveNet berichtet unter Berufung auf das Nachrichtenmagazin idea.de und die Welt am Sonntag vom 19. Januar 2020, dass die Texte der Wikipedia häufig das Werk von Manipulateuren, Aktivisten und Lügnern seien. Es gebe inzwischen zahlreiche Beispiele dafür, dass Interessengruppen durch gezielte Aktionen innerhalb der Autorenschaft die Oberhand gewinnen. Wikipedia wurde im Jahr 2001 vom US-Medienunternehmer Jimmy Wells gegründet und umfasst heute nach eigenen Angaben über 49 Millionen Artikel in rund 300 Sprachen. Sie baut auf dem Prinzip der Schwarmintelligenz auf, nachdem Gruppen von Individuen durch Zusammenarbeit, unabhängig von der Intelligenz der einzelnen Mitglieder, intelligente Entscheidungen treffen können, wie die Enzyklopädie selbst definiert. Aber diese Utopie einer Gemeinschaft freier und freiwilliger Autoren sowie eines objektiven Weltwissens, das sie hervorbringe, habe sich nicht erfüllt, so die Sonntagszeitung. In Wikipedia kann jeder als Autor tätig sein und jederzeit einen Wikipedia-Artikel ergänzen oder umschreiben. Autoren beschweren sich allerdings immer wieder, sie würden durch Zensur und Manipulation auf Wikipedia mundtot gemacht. Bezahlte Autoren und Aktivisten schrieben Artikel um und unterdrückten Fakten, die dem Auftraggeber nicht gefielen oder nicht in dessen Weltbild passten, so die Welt am Sonntag. Wenn man einmal in einem Wikipedia-Artikel schlecht dargestellt werde, habe man oft kaum Möglichkeiten, sich gegen eine tendenziöse Darstellung oder gegen rechtswidrige Inhalte zu wehren. Nicht zuletzt, weil auch alle deutschen Artikel auf amerikanischen Surfern gespeichert sind und in Deutschland erwirkte juristische Schritte in den USA vollstreckt werden müssen. Immer wieder seien professionell betriebenen Netzwerke entdeckt worden, die versucht hätten, Seiten in ihrem Sinne zu manipulieren, so die Welt am Sonntag. Auch Regierungen stehen im Verdacht, Artikel nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Es gebe bei Wikipedia keine Instanz im Hintergrund, die einen Schiedsspruch Fälle oder über ethische Grundfragen entscheide, zitiert idea.de, die Sonntagszeitung. Es gibt auch niemanden, der entscheidet, wann ein Autor befangen ist oder ob ein Autor, der ein Parteimitglied ist, zu Themen, die in dieser Partei eine Rolle spielen, auf Wikipedia schreiben sollte. Das Fazit von Welt am Sonntag Autorin Christina Brause. Die digitale Enzyklopädie sei zum bekanntesten und meistbefragten Hüter des Weltwissens avanciert. Doch das Vertrauen, das Wikipedia genießt, ist nicht immer gerechtfertigt. Dazu schreiben zu viele daran mit. Mal stimmen die Fakten nicht, mal sind es subjektive Einschätzungen, die sich in die Einträge einschreiben. Auch gibt es immer wieder Versuche, gerade bei politisch strittigen Themen, die Informationen zu manipulieren. Den meisten Nutzern ist gar nicht klar, wie fehleranfällig das System Wikipedia ist, sagt Brause. Bevor wir uns ein Urteil bilden, sollten wir uns besser das Bibelwort zu Herzen nehmen. Auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen, so sagt es 5. Mose 19, Vers 15. Die Welt schaut nach Wuhan wegen dem Coronavirus, aber im Hintergrund von der Weltpresse ignoriert, spielt sich auch eine andere Tragödie dort ab. In China gibt es inzwischen mit steigender Tendenz mehr Christen, geschätzte 130 Millionen, als Mitglieder der kommunistischen Partei. Ja, 85 Millionen. Warum das? Nun, Chinesen werden von Kindesbeinen an auf Konkurrenzkampf gedrillt und viele sind das Leid. Die christlichen Gemeinden dagegen behandeln Lebensfragen positiv, leben Solidarität und zeigen Emotionen. Dies ist ein echter Kontrapunkt zur ansonsten von Korruption und Kälte geprägten Gesellschaft. Die Regierung schaut dem nicht untätig zu. Sie führt Kontrollen durch, inwieweit die religiöse Politik vor Ort umgesetzt wird, bevor eine neue Runde von Razzien beginnt. In Vorbereitung auf so eine Kontrolle veröffentlichte das Städtische Komitee für ethnische und religiöse Angelegenheiten in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei, im Oktober 2019 ein Dokument. Demzufolge sollten weitere Korrekturkampagnen, also Maßnahmen zur Unterdrückung von Religionen, ab dem 1. November 2019 erfolgen. Das Dokument nennt 15 Hauptforderungen für staatliche religiöse Einrichtungen, darunter das Hissen der Nationalflagge, ein vollständiges Verbot nicht offiziell genehmigter Publikationen, das Verbot der theologischen Ausbildung in Gotteshäusern, regelmäßige Inspektionen und Aufsicht der Gottesdienststätten, die Gewährleistung der persönlichen Verantwortung und Rechenschaftspflicht, der für die religiöse Arbeit verantwortlichen lokalen Regierungsbeamten. Ebenso berief der Städtische Ausschuss für ethnische und religiöse Angelegenheiten von Wuhan eine Sitzung für die Verantwortlichen der offiziell genehmigten religiösen Orte ein, um die Umsetzung des Plans zu erörtern. Während der Sitzung wurde betont, dass jeder religiöse Ort, der Minderjährige, Ausländer oder Parteimitglieder hereinlässt, sofort geschlossen werden sollte. Das religiöse Leben wird in China mehr und mehr unterdrückt und in Wuhan ist man dabei sehr eifrig. Dabei war es in den letzten Jahren bereits kein Zuckerschlecken, religiös zu sein. Bereits seit April 2018 hat die Regierung die Verwendung von nicht offiziell zur Veröffentlichung genehmigten Versionen der Bibel und anderer religiöser Bücher strikt verboten. Ende Januar 2019 führte das Volksgericht des Bezirks Gonggan in der zentralkinesischen Provinz Hubei eine Anhörung für neun verhaftete Mitglieder der Kirche der Siebenen Tags Adventisten durch. Pastor Zhu Zongkai und acht Mitarbeiter der Kirche wurden beschuldigt, illegale Geschäfte zu betreiben, indem sie Predigten, das Buch der Offenbarung und das Buch Daniel gedruckt und an die Gemeinde verteilt haben. Pastor Zhu wurde zu fünf Jahren, Gemeindeleiter Li Aihui, zu vier und sechs Mitarbeiter zu ein bis dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Einer wurde von der strafrechtlichen Verfolgung ausgenommen. Obwohl sich die Kirche der Siebenen Tags Adventisten in den 1950er Jahren der von der Regierung genehmigten drei selbstpatriotischen Bewegungen angeschlossen hat, verfügen nur wenige ihrer Kirchen und Versammlungsorte in Hubei über Regierungszertifikate für religiöse Aktivitäten. Außerdem genehmigen die beiden chinesischen Christenräte nicht die offizielle Veröffentlichung von Materialien oder Büchern der Kirche. Ohne diese Genehmigung kann die Kirche nur selbst erstellte Publikationen für Mitglieder der Gemeinde herausgeben. Und genau das hatten der Pastor und die Mitarbeiter getan. Der Verteidiger von Pastor Zhu sagte, dass illegale Geschäftsvorgänge bedeuten würden, dass die Veröffentlichung und Verteilung von religiösem Material auf der Suche nach illegalen Gewinnen erfolgt sei oder dass sie die soziale Ordnung schädigen und den Markt stören würden. Aber sie taten nichts dergleichen. Die Predigtsammlung und andere Veröffentlichungen bestehen aus kirchlichen Materialien, die innerhalb der Kirche verteilt wurden. Darüber hinaus wurden nur geringe Geldbeträge zur Deckung der Druck- und Transportkosten gesammelt, ohne dass die Absicht bestand, illegale Gewinne zu erzielen. Trotzdem wurden diese Menschen verurteilt. Es war dies nicht das erste Mal, dass Pastor Zhu zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Im Juli 2011 verurteilte ihn der Volksgerichtshof des Bezirks Shanhekoi zu neun Jahren Haft wegen illegaler Geschäftsvorgänge. Für den Druck der Bibel. Seine Strafe wurde später umgewandelt und er wurde am 3. September 2017 entlassen. Nun ist er erneut inhaftiert. Lasst uns für unsere Glaubensgeschwister in China beten. Es bleibt der Trost aus Matthäus 5. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Danke fürs Zuschalten bei Amazing Discoveries News. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.